Einen wunderschönen Freitagmittag wünsche ich euch. Hallo! So, hier bin ich wieder. Ich habe jetzt schon fünf Minuten langes Video gemacht, aber meine Wortfindung ist heute irgendwie nicht so, wie sie sonst ist. Ich fange jetzt nochmal ganz von vorne an und hoffe, dass ich nochmal alles Wichtige zusammenbekomme. Ich habe mich jetzt eine Woche lang bei euch nicht gemeldet. Das liegt daran, ich hatte ganz, ganz viele Termine, unter anderem ja am Montag die Selbsthilfegruppe und da ist es mir einfach nicht möglich, dann dienstags live zu gehen, weil das einfach zu viel ist. Ich muss ja dieses ganze live und alles vorher auch vorbereiten und da ist es mir einfach nicht möglich, dass ich von Sonntag praktisch bis Dienstag die Selbsthilfegruppe organisiere und auch das live. Deswegen gehe ich nächste Woche, Dienstag bin ich auf jeden Fall um 18 Uhr live für euch da, werde da für euch da sein und werde wieder ein Thema vorbereiten. Ich bin mir auch schon fast sicher, welches Thema, da komme ich aber gleich nochmal zu. Ich wollte euch jetzt erstmal erzählen, was so aktuell alles geschehen ist. Also, ich habe am Mittwoch einen Anruf bekommen von der Frau Bertha. Das ist nämlich die Dame, die mit mir die Femizide gedreht hat, den Film Femizide. Es gibt am 23. November eine Podiumdiskussion. Diese Podiumdiskussion beinhaltet das Thema häusliche Gewalt und das hat eine Femizide, eine feminine Gruppe aus Frankfurt in die Wege geleitet. Es ist so, dass dort über die Gesetzesänderungen tatsächlich auch diskutiert wird. Es werden Menschen vom Europäischen Parlament da sein, es werden Landespolitiker dabei sein, es werden hessische Politiker dabei sein, es werden viele Vorstände auch vom Weißen Ring etc. Also, da wird alles vertreten sein und ich darf tatsächlich auch dabei sein. Ich freue mich wie Bolle, ja, also es ist der Wahnsinn, die haben mich dazu eingeladen und ich bin einfach nur sprachlos, dass ich an sowas teilhaben darf. Es ist wunderbar. Die Frau Bertha wird das Ganze managen, also die wird das auch so ein bisschen anleiten und die freut sich auch schon ganz doll drauf und ich mich auch. Ja, das ist die Information, die ich am Mittwoch bekommen habe und dann ist es so, dass ich letzte Woche schon bereits einen neuen Termin bekommen habe für den hessischen Landtag. Der nächste Termin wird sein am 29. April. Ich finde das ganz gut, dass der Termin jetzt etwas später stattfindet, weil es war ja so die Diskussion, ich habe ja gesagt, dass ich von der SPD-Fraktion eingeladen wurde, was ich ja auch benennen darf, weil es einfach die Wahrheit ist. Aber ich finde es gut, dass der Termin so spät ist. Damit ist nämlich die Wahl abgeschlossen und es kann nicht mehr thematisiert werden, dass diese Menschen mich nur haben wollen, um Wahlwerbung oder Ähnliches zu machen. Ja, das Thema ist damit vom Tisch. Es geht nämlich dann wirklich darum, die anderen Fraktionsmitarbeiterinnen kennenzulernen und einfach mal zu besprechen, wie es jetzt weitergehen soll. Dazwischen wird es aber mit der Nadine Gersberg, also mit der Frauenvorsitzenden, genau, Frauenbeauftragten, so rum, noch mal ein Live geben. Sie wollte das Live gerne über Instagram machen, aber ich habe gesagt, mir wäre es persönlich lieber über Facebook, weil ja meine ganzen Menschen, die mir immer zuhören, hier bei Facebook sind und das werden wir tatsächlich auch dann machen. Ich habe auch schon einen Termin. Ich habe jetzt natürlich meinen Terminkalender nicht dabei. Das heißt, ich werde euch den Termin dann nächste Woche Dienstag beim Live auf jeden Fall sagen. Ja, und da werden wir auch schon mal ein Thema ansprechen, was wir ändern wollen, was wir an der Arbeit alles, ja, was wir aufnehmen wollen, was alles berücksichtigt werden muss. Und da könnt ihr natürlich dann auch eure Comments reinschreiben und da werden wir auch drauf eingehen. Das ist mir nämlich persönlich auch ganz wichtig, dass ich da mit euch mit einbeziehen kann. Dann sind wir ja gerade aktuell dabei, die Miriam, die Christina und ich. Jetzt kommen wir noch mal ganz kurz zur Gruppe. Also es gab ja ganz, ganz viele verschiedene Diskussionen auch in der Gruppe. Wir sind jetzt noch zwei Menschen und dann sind wir tatsächlich 2500 Leute. Ich habe es ja schon hundertmal gesagt, wir haben mit 36 Personen angefangen. Also ich habe die Gruppe eröffnet mit 36 Personen, einfach nur aus meinem nahen Umfeld. Und jetzt sind wir 2500 Menschen. Das ist für mich, diese Reise ist wie so ein endlos wundervoller Traum, ja. Also es ist einfach, dass ich das machen darf, erreichen darf. Dann das, was ich jetzt schon alles gemacht habe, was ich schon in die Wege geleitet habe, mit wie vielen Menschen ich kommuniziert habe, die mich wirklich ernst nehmen in dem Thema. Das ist einfach so ein wunderwundervolles Gefühl. Und ich verspreche euch, da bin ich mir ganz sicher, dass wir zusammen es schaffen werden. Dafür brauche ich aber euch, ja. Dass wir es zusammen schaffen, dieses Thema endlich offen zu legen und endlich publik zu machen. Und wir sind auf einem super, super, super guten Weg. Und ich weiß einfach, wenn wir bei uns bleiben, wenn wir alles das so berichten, wie wir es erlebt haben, dann kann da nicht auf Dauer jemand wegschauen, nämlich die Gesellschaft, ja. Und das ist ganz wichtig, dass wir das zusammen angehen und das ist wirklich wichtig, dass wir da auch ein Netzwerk bilden. Ich hatte gestern ein Gespräch mit einem Piloten, der Lufthansa, aber auch gleichzeitig der Psychologe ist und Psychiater ist. Es gibt ein Flugsicherheitskonzept, das nennt sich CISM und da werden die kritischen Zustände von der Psyche bewertet nach einer Belastungssituation während des Fluges. Und das Gute daran ist, dass diese Funktion genauso funktioniert, wie das, wenn wir diesen narzisstischen Missbrauch erfahren. Ich werde jetzt auch eine Schulung zu einem Pierce machen. Pierce ist ein Mensch, der praktisch direkt nach diesem katastrophalen, also wie jetzt bei mir zum Beispiel die Mordversuche, ja, dass ich dazu ausgebildet werde, dass ich innerhalb zwölf Stunden oder sechs Stunden greifbar bin, wo jemand mit mir dann kommunizieren kann, dass ich ihn auffangen kann. Diese Ausbildung werde ich auf jeden Fall mit dem Herr Doktor, mit dem ich gestern gesprochen habe, ich weiß nicht, ob er genannt werden will, deswegen sage ich den Namen jetzt nicht, der wird mir auf jeden Fall helfen, dass ich so eine Pierce-Schulung besuchen kann, dass ich die machen darf. Und ja, das ist für mich ganz wichtig, dass ich auch weiß, wie ich in solchen Situationen reagieren kann und euch da auch helfen kann oder auch Menschen helfen kann, die wirklich aus einer Akutsituation kommen. Und ich werde auch aus diesem Handbook, was die ausgehändigt haben bei der Lufthansa, werde ich auch nächste Woche wahrscheinlich mein Live machen, um euch einfach mal zu signalisieren, wo ihr eine kritische Situation habt, wo ihr drin feststeckt und wann es wirklich wichtig ist, euch Hilfe zu suchen. Und da kommen wir jetzt nämlich zu dem Thema von heute. Es tut mir leid, dass ich euch jetzt acht Minuten lang erst mal mit Informationen zugetextet habe. Und zwar geht es mir heute darum, dass ihr euch eine gute Ausgangslage, bevor ihr euch trennt, beschafft. Das ist das erste Thema. Und das zweite Thema ist auch nochmal wichtig für mich anzureißen, warum es so wichtig ist, diesen No-Kontakt aufrechtzuerhalten. Es ist immer wieder die Thematik, dass dieser No-Kontakt so in Frage gestellt wird. Ist es wirklich nötig? Geht es nicht auch ohne? Kann man nicht auf ein minimales, freundschaftliches Verhältnis reduzieren? Also ich möchte euch heute einfach nur mal mit an die Hand geben, warum ihr euch sehr gut vor der letztendlichen Trennung vorbereiten solltet und warum es so wichtig ist, dann letzten Endes auch diesen No-Kontakt zu halten. Und zwar ist es wichtig, dass du dein Leben, bevor du dich trennst, wirklich neu strukturierst und neu sortierst. Vom Kopf her. Dass du wirklich genau strukturierst, Schritt für Schritt aufschreibst, wie du es handhaben möchtest, wenn der Narzisst letzten Endes aus deinem Leben ausgetreten ist. Das ist egal, ob ihr räumlich getrennt seid, ob ihr euch trennt während einer Scheidung, während einer normalen Beziehung, wo ihr zusammenlebt, oder ob ihr sogar getrennt wohnt. Das ist egal. Also ihr müsst euch trotzdem neu strukturieren. Und das solltest du wirklich machen, bevor du die Aufarbeitung anfängst. Ja, ganz, ganz wichtig. Also diese neue Struktur reinbringen ist wichtig, bevor du die emotionale Gewalt, diese emotionale Abhängigkeit aufarbeitest. Das hat was mit der Distanz zum Narzissten zu tun. Da ist es nämlich ganz wichtig, den Kontakt auf ein Minimum zu reduzieren, wenn du Kinder hast. Wenn du Kinder hast, die ihren Papa oder ihre Mama regelmäßig sehen, dann müsst ihr ja einen gewissen Kontakt haben. Aber auch auf das Minimum zu reduzieren, vielleicht auch eine dritte Person, immer dabei zu haben, ob Telefonate, also eine neutrale Person, immer dabei zu haben bei der Übergabe, einfach, dass das Ganze nicht eskalieren kann und dass er euch auch nicht weiter manipulieren kann. Und eben dieser No-Kontakt bei Alleinstehenden, bei einer Trennung, wo die Kinder erwachsen sind oder bei einer Trennung, wo es einfach keine Kinder gibt. Denn nach jedem Treffen kennt ihr sicherlich das Gefühl, wenn ihr immer wieder zurückgeworfen werdet. Alles, was ihr euch mühselig vorher aufgearbeitet habt, ist nach einem Sehen, nach einem Treffen hinüber. Also ich hatte das immer so, dass ich ihn gesehen habe und alles, was ich zuvor in meinem Kopf hatte, war weg. Alles. Und es war egal, wann ich ihn gesehen habe. Es war auch tatsächlich noch nach anderthalb, zwei Jahren, dass auf einmal alles, was ich mir vorgenommen habe, was ich sage, wie ich reagieren werde, alles war absolut weg. Ich konnte mich an das nicht mehr erinnern. Es war nicht mehr greifbar. Ich habe gezittert an Händen und Füßen. Ich habe mir den Zehen geklappert. Also mein Körper ist völlig außer Kontrolle geraten und ich habe das auch nicht in den Griff gekriegt. Und mir war auch klar, dass das nur mit einem No-Kontakt geht, dass ich diese Linie unterbrechen kann. Und alles, was mühselig erarbeitet ist, dann praktisch wieder zusammenbricht. Und er wird jede Sekunde des Kontaktes nutzen, wo er dich alleine kriegt, wo er dich alleine greifen kann, um dich wieder einzuholen. Ich kann euch da mal ein Thema sagen. Und zwar war es so, dass mein Sohn damals, er hat ihn 2018, also 2017, nach der Trennung hat er ihn ja nicht gesehen, dann hatten wir 2017, genau, 2017 hatten wir dann dieses Gerichtsverfahren und 2018, also das Problem ist bei uns, dass mein Vater genau über der Oma von seiner ersten Tochter wohnt. Und da war er bei der, bei der, bei der, bei der Julian eine Stunde unten und hat ihn praktisch besucht oder zu Weihnachten eine Stunde gesehen. Da war er ja auch noch kleiner, es waren auch Leute da, die aufgepasst haben, also da musste ich mir keine Sorgen machen. Und es ist so, dass er mit seiner neuen Partnerin da war und sie ist nur kurz nach hinten gegangen und hat irgendwas geguckt oder nach den Kindern geguckt und da sagte er zu mir, na guckst du heute Abend auch die Helene Fischer Show? So, das war ein Satz, wo er, wenn ich, also da konnte er mich schon nicht mehr erreichen, da war ich schon zu weit weg, aber es war trotzdem wieder ein Satz, wo er versucht hat, mich einzulullen. Und in dem Moment, wo sie wieder zurück kamen, war er wieder ganz anders. Ja, also ich möchte euch nur sagen, die schaffen das mit einem Satz, dich kontinuierlich aus der Fassung zu bringen. Und genau das ist es, was ihr mit diesem No-Kontakt unterbrechen müsst, weil dann euer, weil ihr dann die Chance habt, dass sich euer Gehirn also euer Gehirn wieder neu programmiert und wo ihr wieder klar denken könnt und mit Abstand einfach die Dinge so sehen könnt, wie sie wirklich passiert sind. Ja, und das könnt ihr eben während dieser immer wiederkehrenden Begegnung mit dem Narzissten, schafft ihr das nicht, weil ihr es nicht schafft, euch auf euch selber zu konzentrieren, weil ihr ja wieder, immer wieder zurückgeworfen werdet. Und er möchte ja auch weiterhin die Macht über dich haben. Und in diesen kleinen Frequenzen spürt er, dass er immer noch Macht über dich hat, weil er spürt ganz genau, er kann ganz genau in dich rein spüren, was das dieser eine Satz mit dir macht. Ja, und da hat er wieder die Zufuhr. In diesem einen Augenblick hat er wieder diese narzisstische Zufuhr, die du ihm absolut per Du nicht geben wolltest, weil du es dir bewusst bist, dass er das sucht. Aber in diesem Moment geht es nicht anders, weil der Körper einfach so reagiert, wie er reagiert. Ja, und das ist ganz egal, ob er gegangen ist, dich sitzen gelassen hat oder ob du letzten Endes gegangen bist. Das ist egal. Also das wird er immer wieder probieren, diese Macht über dich zu haben. Denn ihr wisst alle, ihr seid für ihn sein Spielzeug. Er macht mit euch, was er will. Er manipuliert euch und er denkt, solange ihr ihm diese Macht gebt, nämlich über diesen Kontakt, den ihr haltet, denkt er, er kann das so lange machen, solange wie er das braucht. Jetzt muss ich mal gucken, was ich hier geschrieben habe. Ich erkenne meine eigene Schrift nicht, das ist auch cool. Genau. Ich muss mal aussehen. Genau. Also diese Macht spiegelt sich auch dahingehend, dass er zum Beispiel nach der Trennung auch bestimmen will über die weitere Umgangsweise. Also das heißt, er wird die Scheidung rausziehen, er wird die Sachen aus der Wohnung, die dir vielleicht gehören, nicht rausgeben, wenn du ausgezogen bist. Er wird sich ewig Zeit lassen, eine Wohnung zu suchen, wenn er ausziehen muss. Die Kinder werden instrumentalisiert. Du wirst überall schlecht gemacht bei Menschen. Ja, so wird er trotzdem weiter versuchen, die Macht über dich zu halten. Und die narzisstische Wut wird dann noch viel stärker, wenn er merkt, dass du dabei bist, dich komplett abzugrenzen. Ja, dann wird diese Wut immer stärker und stärker und er wird immer weitergehen, um dich weiterhin zu manipulieren. Und das nimmt dir auf Dauer einfach die Energie, dich um dich selber zu kümmern. Und er wird alles daran setzen, das zu verhindern, dass du deinen eigenen Weg gehst, dass du dein eigenes Leben anfängst zu leben. Und da wird er jeden Tag, jede Minute alles dran setzen, um dich immer wieder zurückzuwerfen, weil er weiß ganz genau, wie das geht. Und wichtig ist ihm auch, diese Diskussionsgrundlage zu entziehen. Ja, weil jeder sagt, und da schließe ich mich ganz, ganz genau ein. Ich habe immer gedacht, nur die kleinste Diskussion, vielleicht bringt die was. Ihr könnt mit einem Narzissten oder einer Narzisstin nicht diskutieren. Es bringt nichts. Ihr kommt kein Meter voran. Sie raupen euch eure Kräfte. Und es ist so, dass ihr überhaupt thematisch an ihrer Denkweise nichts ändern könnt. Ja, und die, bei denen ist das so, dass die daraus auch noch dieses Negative, aus diesem negativen Konsens ziehen die noch was. Ja, und da ist es wichtig, wirklich dann zu sagen, okay, alles, was beinhaltet mit den Kindern, das lasse ich alles über einen Anwalt klären. Was die Dinge aus meiner Wohnung betrifft oder die Dinge aus dem Haus betrifft. Das lasse ich alles über einen Anwalt laufen. Weil anders kriegt ihr es nicht hin, wenn ihr keinen Dritten einschaltet. Weil er immer wieder irgendwas hat. Und wenn er nur eine Unterhose hat und sagt, hier, deine Unterhose hast du vergessen. Also irgendwas kommt. Es ist ganz egal was. Er wird sich immer was aufheben, um euch dann wieder kontaktieren zu können. Und dann auch klar verbieten lassen, euch weiter zu kontaktieren. Ja, auch gerne über einen Anwalt wirklich kontaktieren und sagen, nee, ich möchte keinen Kontakt mehr zu dir. Und jeden Tag, einen Augenblick, Julien, du musst kurz rüber gehen. Zum Kelvin? Okay, alles klar, mein Schatz. Aber seid lieb. Die ärgert dich. Ja, dann geh hoch zum Kelvin. Entschuldigung. Jeden Tag, wo ihr praktisch hinterherrennen müsst, um eure Sachen zu klären, bereitet ihm Freude. Nämlich diese negative Zufuhr. Ja, also es ist so, dass egal was ihr tut und wenn ihr nur sagt, wenn ihr nur anruft und sagt, du hast mir doch gesagt, ich kriege morgen, keine Ahnung, meine Tasche mit meinen Klamotten oder dass irgendwas mit der Kindsübergabe nicht läuft. Also allein das ist schon für ihn eine tiefe Befriedigung. Er lässt euch zappeln und er genießt es wirklich, sich daran zu ergötzen, dass er das kann, dass er die Macht darüber hat. Aber es geht natürlich auch noch weiter. Es geht in die Demütigungsphase. Er spielt mit euch. Er maßregelt dich wieder. Und er kontrolliert dich auch wieder. Er versucht, dein Leben weiterhin zu kontrollieren. Und deswegen ist einfach dieser No-Kontakt so wichtig. Woran muss man denken vor dem No-Kontakt? Das möchte ich euch mal stichpunktartig mitgeben. Wichtig ist, dass ihr eben keinen Zutritt zu eurer neuen Wohnung gebt. Macht euch wirklich euer neues Zuhause positiv. Baut euch das so auf, wie ihr das möchtet. Schaut, dass ihr das ganze Negative von ihm rauslasst. Also lasst ihm niemals eure neue Wohnung betreten. Ohne Kinder sollte der Narzisst im Idealfall auch keine Adresse von euch erfahren oder keine Telefonnummer. Geht natürlich nur, wenn keine Kinder im Spiel sind. Er kann, wenn ihr irgendwas zu klären habt, alles über einen Anwalt, er kann so alles über einen Anwalt klären lassen. Alles ist aus der Wohnung, was dir gehört, im Idealfall. Dann gibt es auch keinen Klärungsbedarf mehr. Macht euch das bewusst. Wenn ihr denkt, der hat irgendwas zu klären, das kann gar nicht so wichtig sein. Das kann er alles über dritte Stellen klären lassen, wenn es wichtig wäre. Wichtig ist, dass die Trennung des Vermögens geklärt ist, dass gemeinsame Verträge aufgelöst wurden, dass der Umgang natürlich mit den Kindern geklärt ist, dass dein monatliches Einkommen geklärt ist, dass der Freundeskreis informiert ist über die Machenschaften und auch aufgeteilt ist. Es gibt sehr wohl Freunde, die halten zu euch und es gibt aber auch Freunde, die zu ihm halten. Daran könnt ihr nichts ändern. Das ist einfach Gang und Gebe und haltet euch an die Menschen, die euch Glauben schenken, die für euch da sind. Lasst die anderen, auch wenn es schwer ist, lasst es, weil es bringt euch gar nichts. Ihr kämpft nur und das ist sinnlos auf Dauer. Besprecht das mit dem Freundeskreis, dass keine neue Adresse, keine neue Telefonnummer, nichts rausgegeben wird und schafft euch eine neue Routine in eurem Leben. Tut wirklich gucken, dass ihr immer einen routinierten Alltag habt, der immer wiederkehrend ist, dass ihr euch einfach anfangen könnt, an das Neue zu gewöhnen. Da wieder zum Thema Festplatte neu programmieren. Und wenn du den Abstand zum Narzissten hast, kannst du anfangen, an dir zu arbeiten. Weil ich, wie ich vorhin gesagt habe, du brauchst ein klares Denken, um an dem Missbrauch zu arbeiten. Ansonsten klappt das nicht. Und dazu brauchst du den Abstand in der Beziehung. Weil alle aufgestauten Gefühle, die ihr habt, die müssen ja auch Raum bekommen. Ja? Und die brauchen auch Platz, dass du dir selber deine Erklärungen geben kannst, warum es überhaupt so weit gekommen ist. Und das kannst du einfach nicht, wenn die Gefühle immer noch Achterbahn fahren und du immer wieder hin und her gerissen wirst. Ja? In dem Missbrauch ist es ja ein Hin- und Herreisen. Und du kommst erst dann raus, wenn tatsächlich dieser No-Kontakt besteht und wenn gar nichts mehr ist und wirklich dein Körper und deine Seele mal zur Ruhe finden. Deswegen zuerst die räumliche und die körperliche Trennung und dann die Aufarbeitung des Themas. Und oftmals ist das alles auch gar nicht so leicht, wie es sich jetzt anhört, sondern ihr seid schwer traumatisiert, ihr habt eine posttraumatische Belastungsstörung, dann ist es einfach wichtig für euch, wirklich euch Hilfe zu suchen, ärztliche Hilfe, psychologische Hilfe. Scheut euch nicht davor. Ohne die wäre ich heute niemals so weit, wie ich bin. Es geht in vielen Konstellationen einfach nicht mehr ohne Hilfe. Und man darf Hilfe in Anspruch nehmen. Dafür ist die Hilfe da. Denn es gibt ja auch diese Schockstarre, die ihr kennt, ihr seid wie gelähmt und das muss aufgelöst werden und das kann man nicht alleine schaffen. Also ich bin der Überzeugung, das kann man nicht alleine schaffen. Im äußersten Notfall ist auch eine medikamentöse Behandlung notwendig. Ich halte davon weniger etwas, weil ich glaube, ja, medikamentös kannst du einfach die ganze Geschichte nicht aufarbeiten. Du kannst dir zwar erstmal kurzzeitig helfen, aber auf Dauer sind Medikamente einfach nur, ja, also ich halte davon nichts. Redet das mit eurem Arzt, ich möchte auch gar nichts Negatives sagen, aber für mich wäre es keine Lösung auf Dauer, dass ich mich medikamentös runterfahre oder ähnliches. Super wäre es natürlich für euch, wenn ihr mentale Unterstützung habt, nämlich von euren Freunden, von eurer Familie, die euch stützen und die euch auch so ein bisschen helfen, euren neuen Lebensweg Lebensweg aufzubauen. Das wäre natürlich optimal. So, ihr Lieben, jetzt habe ich 22 Minuten lang ein Video gemacht. Ich wollte ja nur ein kurzes Video machen. Ich hoffe, ich konnte euch ein klein wenig rüberbringen, warum dieser emotionale Abstand und dieser No-Kontakt so wichtig sind und kann euch da ein bisschen so ein paar Fragen beantworten. Ansonsten würde ich mich freuen, wenn ihr nach wie vor mein Video teilen würdet. Vielleicht, dass ihr auch den Zeitungsbericht von der Brigitte teilen würdet, weil jeder, der ihn teilt, die Menschen, die betroffen sind, finden unten einen Link und können sich sofort in unsere Selbsthilfegruppe einfinden und können auch Kontakt aufnehmen und auch über die Homepage einfach Kontakte aufnehmen, um Hilfe zu bekommen. Also von daher ist jeder, der meine Seite teilt, bin ich, also auch von der Brigitte, die diese, was ich Anfang der Woche reingestellt habe, wäre es wirklich klasse, weil dann können wirklich Betroffene auch Hilfe bekommen und können einfach viel schneller zu uns finden. Das wäre einfach wunderbar. Ansonsten wünsche ich euch ein wundervolles Wochenende. Wir sehen uns am Dienstag um 18 Uhr live hier auf Instagram, ach auf Instagram sage ich, hier auf Facebook und bis dahin wünsche ich euch eine wundervolle Zeit und wir hören und sehen uns und ja, eine wunderschöne Zeit und haltet die Ohren steif. Eure Svenja. Tschüss.